Oh, hab grad angefangen hier. Einen Moment jetzt, der ich sofort weiter will, muss man mal gucken. Gut. Weiter jetzt. Boah, nein, 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 nein. Nicht immer killen. Der steht da so einfach, ist der Hammer. Jetzt flip aus. Boah. Verdammt. Einfach mal hinterher, hier. Oh, gut, alles klar. Heftig, Alter. Ich glaub, das war... ...Blendgranate mit... ...ja. Okay. Uh, bisschen heiß. Scheiße, ey. Ich hatte einen R für ne Waffe, ey. Loll. Wir haben eine Kontrolle. Valores. Äh. Komisch. Barsch. ... Geht. Scheiße. Ah Also das ist echt Star Wars in hier Oh, 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 oh. Wir nehmen einen Kontrollpunkt, den besitzt. Mehr gehört mir. Alles in allem geschäftlich. Nee! Scheiße. Überraschung. Aber was ist denn das für ein Frick, ey? Ach, boah, fett. Ah, ja. Ich krieg's nicht so clean, ey. Sauber. Wie sieht's denn aus? Einen... Einen Punkt haben wir eingenommen. Okay. Oh, scheiße. Die Sturmtruppen übernehmen einen Kontrollpunkt. Wir müssen sie aufhalten. Mann, fuck. Mach das Ding platt, alter. Wer hat mich gell gesehen, ey, da. Erwischt. Komm an Untersuch. Komm an? Komm an,靠ck! Komm an. Verdammt. Mann, der geht mir richtig auf die Nüsse, ehrlich schätze. Mann, luft doch mal schneller. Scheiße, ey. Das Imperium hat einen Kontrollpunkt gesetzt. Kacke. Wieder boberfett, ey, die Ratte. Oh, ey. Belassen. Ja, die Dinger sind schwer zu steuern. Oh, ey. Ach, ey, die stehen nur rum hier. Fuck. Dann nehmen wir nochmal, Alter. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu übernehmen. Na, endlich. Skywalker ist hier, um uns zu helfen. Ihr habt den Kopfgeldjäger besiegt. Ach, du Ratte, ey. Na, eh noch wisch, geil. Sauber. Okay, den nächsten raus. Komm, schmeiß. Wäh, dann. Da, da. Und K конçiert. Den hab ich ja noch estou Wan. Ich habe ja noch eine Runde. Dass ich mich für mich auch揚sen kann. Und Schuss war meine Runden. Ich nehme dich. Ich nehme die Runde. Ich nehme die Runde. das kann sie gar nicht steuern so da sollten die noch mal ansetzen die imperialen truppen kontrollieren das schlachtfeld wir müssen auf breiter front zurückschlagen aber uns läuft die zeit davon wir sind dabei einen kontrollpunkt zu erobern braucht die drei shit wir werden alle falsche richtung man wo sind die ratten Ah, der sitzt da immer noch drinnen, ey. Gefasst, ne. Spinner, ey. Oh, was ist denn das, ey? Ich krieg hier nur noch Blend-Konauten an Kopf. Scheiße, Alter. Oh, Mann. Sieht schlecht aus, ne? Na, nochmal gucken. Ah, geil, vorbei. So war der Skywalker, habe ich uns angeschlossen. Folgt ihm. Da ich doch. Die Krasse Runde, ey. Oh, mein Gott, ey. Oh, cool, cool, ey. Das ist ja nicht so einfach, ey. Mann, Mann, Mann. Sehen wir so viel von der nächsten spritzigen Runde, aber rot da rein. Dann ein, was ist ja nicht so viel von der nächsten spritzigen Runde. Dann ein, was ist ja nicht so viel von der nächsten spritzigen Runde. Vielen Dank.